Manchmal steht man von verschlossenen Türen, manche sind auf. Damit willkommen zurück bei Darksiders 2 The Death Definitive Edition. Find das klingt immer noch seltsam, wenn man das sagt. Definitive. Adiki. Wow. Ist ja aber ganz starker. Der hat mich einfach getötet. Was zur Hölle? Spiel auf normal, ne? Dieses Spiel ist echt so schwer. Ich bin echt nicht mehr in Erinnerung. Gut, das ist Level 5. Ich muss allein leben. Ich muss allein leben. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich meine, es ist jetzt nicht so Souls-lastig. Aber so ein Darksiders mit einem gewissen Souls-Touch wäre auch mal lustig. Finde ich ihn mir ganz witzig. Das war unmöglich. Das war unmöglich. Ich kann den Tank nicht aufnehmen. Dann heilen wir uns, dann können wir ihn mitnehmen. Ich glaube, man kann auch später mehr Heilung dabei haben, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin voll geheilt. Ja, ich glaube schon. Ah, ist sowas doofes. Hm? Nimmst Gold mit? Gut, das geht aber. Okay. Hier geht es runter. Da ist eine Kiste, aber wie komme ich da hin? Da geht es irgendwie lang. Nicht da so. Aha. Jetzt. Seite des Buchs der Toten. Eine Seite aus dem Buch der Toten. Sollen wir zehn Stück davon, nur um ein Kapitel zusammen zu bekommen und dann ein Vulgrim. Dass dann ein Vulgrim verkauft werden kann. Jawoll. Ein Buch aus der Seite der Toten. Hier kann ich einfach runter. Ich kann hier auch abtauchen. Ist hier noch irgendwas spannendes? Ob sich das lohnt? Na, vielleicht. Bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Wo bin ich denn gerade? Wir müssen die Orientierung verloren. Hä? Ronholt. Alter ist der stark, der tötet mich halt direkt. Hat das denn Sinn hier noch weiter zu gehen? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ich sollte zu einem späteren Zeitpunkt hierhin zurück. Ich glaube, für den Moment gehe ich wieder zurück. Ich glaube, das Buch, äh, die Seite, ja. Okay. Hm. Dann komme ich da rüber. Vielleicht geht es ja von da unten aus. Ich spring mal runter. Komm ich hier irgendwie hoch? Hier vielleicht? Das reicht nicht. Es reicht nicht. Aber das sieht so aus, als könnte man sich dranhaken oder so. Hier hoch vielleicht? Nein. Ah, guck mal, da ist noch eine weitere Seite. Ah, nee, das ist keine Seite. Das ist so ein Emblem. Herrmannsmünzen sind das. Ah, ja. Wo komme ich denn da durch? So komme ich nicht durch. Muss ich unten drunter schwimmen, irgendwie? Aber das geht nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Hier kann ich hoch. Ah, shit. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Hier geht es doch noch weiter nach oben, ne? Vielleicht ist es eher für den späteren Zeitpunkt interessant, aber ich habe Fährmannsmünzen beziehungsweise eine. Die können wir ja in Wulgrim geben, mal sehen, was er mir dafür anbieten kann. Ich kann mir eine goldene Kiste leisten. Will ich. Uh. Verteidigung 16, kritischer Schein plus 4. Sorg dafür. Hab ich das jetzt schon ausgerüstet? Ich glaube nicht. Ah, guck mal. Durchschlagen. Exekutionschance plus 2. Durchschlagen 7. Aber der Schaden. Ah, doch. Der Schaden ist etwas höher. Der Grundschaden. 28 auf 32. Na, wobei. Die geht schon klar, die Rüstung. Ja. Sollen wir da? Weißen Talisman. Chance, kritischen Magie Schaden. Plus 4%. Magie 3. Zaun bei Exekution 51. Okay. Dass sie schreien weiter. Sie werden schreien. Schreit und froh locket. Die reiten weiter. Der Unheilsforst. Wieder ein etwas größeres Gebiet mit lauter Gegnern noch drumherum. Hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir mit. Geld. Ja. Das ist ein Gegner verkloppen für Erfahrungspunkte. Ich glaube, Gegner können uns auch vom Pferd kicken, wenn wir unachtsam sind. Hier erstmal der Hauptquest hinterher. Aber zuvor gucke ich nochmal hier, ob ich hier hochkomme. Denn da sehe ich noch eine Kiste auf der Map. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ich habe eine Waffe gekriegt. Was ist das? Arm klingen. Schaden schnell. Geil. 40 bis 46. Das klingt sehr geil. Willig. Ah. Die Dinger. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Getting triggered. So, hier ist noch was. Was willst du denn? Was willst du denn? Immer Ärger machen wollen sie. Habe ich eigentlich einen weiteren Levelaufstieg? Habe ich gar nicht gesehen. Ne, habe ich keinen Punkt leider. Weil das wird mir ja auch angezeigt, sobald ich einen Erfahrungspunkt habe. In ihn reinlaufen ist vielleicht nicht die beste Idee. Okay, aber. Rot ist tot. Ja, das guckt, grimmigtes Gesicht, aber. Ich frag mich gerade, was es mir bringt, hier rüber zu gehen. Ist hier irgendwas? Ach, hier ist eine Kiste. Okay, dafür muss ich weiter nach oben. Jawoll. Da drüben. Hm. Noch eine Waffe habe ich eingesammelt. Wieder irgendwelche Krallen. Ah. Faustschild. Ach, ein Faustschild. Keine Krallen. Ne, das sind meine doch besser, die ich da habe. Gelobet sei, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Ich hasse Spiele mit Fallschaden, ich finde das so räudig. Fand ich den Dark Souls schon immer ultra lästig. Einfach mal durchreiten, bam, er zerplatzt. Gut. Der verkohlte Pass. Es regnet Feuer. Ja. So, hier ist noch was. Hoch mit dir. Sag mir, was du in dir hast. Geld und noch eine Waffe wieder. Ne, ein Handschuh ist es. Neun, Verteidigung. Jawoll. Sehr gut. Das finde ich nice. Was ist da oben denn? Seht ihr das? Ich habe keine Fernkampfwaffe oder Magie dafür, um das zu aktivieren. Wird wohl vielleicht später noch wichtig. Das ist kein Ort für ein Pferd. Jetzt aber. Ich habe schon lange nicht mehr auf die World Map geschaut. Wo bin ich denn gerade? Der verkohlte Pass. Unheils vor Lageklippen. Wir sind jetzt hier einmal komplett und die Schmiede drum. Wir kommen jetzt hier beim Kessel demnächst an. Da führt uns ja auch unser Ziel hin. Finde den Kessel. Und hier ist der Kessel und die Gussfestung. Da müssen wir dann wahrscheinlich als nächstes dann hin, glaube ich. Und dann wird die Mine wieder aufgemacht. Aber erstmal eins nach dem anderen. Jetzt haben wir die Fertigkeiten pumpen. Tja. Es ist wahr. Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Hm. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheim gefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuerbrodeln spüren. Ich werde es versuchen. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karm. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen. Mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja. Nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Woop, also. Ja, gut. Stell das Feuer des Berges wieder her und wir haben noch eine Side-Quest. Und ihm beauftragt bekommen. Nicht in die Lover fallen. So. Im Inneren des Kessels wird es richtig rund gehen. Da sind viele Gegner natürlich. Plus, ähm, ein Endboss gibt es zu besiegen. Aber dazu kommen wir noch. Wir gehen jetzt erstmal rein. Aber zuvor gucke ich nochmal in mein Inventar. Was habe ich denn da gekriegt? 21. Aber ich habe hier nochmal kritischen Schaden drauf. Was ich ziemlich geil finde. Deswegen lasse ich das mal. Ähm. So. Ich könnte den Teleportschlag weiter verbessern. Oder ich könnte eine neue Fähigkeit wählen. Opfer. Bei allen Feinden, die vom Teleportschlag getroffen werden, besteht die Chance, dass sie Feuer fangen. Beursacht alle 0,5 Sekunden 7 Schadenspunkte. Dauert 5 Sekunden Chance von 25%, um Verbrennung zu verursachen. Ja, doch. Finde ich gut. Finde ich. Wie gesagt, diese gelben Punkte darunter heißt, wir können diese Fähigkeit nochmal steigern mit einem Fertigkeitenpunkt. Aber. Zu gegebener Zeit. Gut. Also. Jetzt rein. Eine Schale sollen wir besorgen. Show me what you got. Unser Rabe zeigt uns übrigens auf der Map immer an, in welche Richtung wir gehen sollten und ob dort etwas Interessantes zu finden ist. Deswegen ist auch immer so eine lila Kugel auf der Map zu sehen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was das zu bedeuten hat. Das ist der Rabe. Der fliegt halt die ganze Zeit da rum. Ist sehr nützlich auf jeden Fall, um Secrets zu finden oder so. Und der hockt sich dann meistens immer irgendwo hin und wartet und zeigt uns dann entsprechend den Ausgang oder so. Oder wo es Truhen zu finden gibt, damit wir die nicht auf Anhieb sehen. You're done. So, und was haben wir da? Ein paar Schuhe habe ich gesehen. Wieso? Sechs? Mäh. Das können wir noch nicht zerstören, weil da ist auch irgendwie eine Truhe dazwischen. Ich glaube aber nach... Ah, die Dinger. Diese Bomben, die brauchen wir. Drücken Sie RS, um in den Zielmodus zu wechseln. Okay, die Bomben brauchen wir. Ich habe gedacht, das geht mit einer Fähigkeit, aber... Oh. Unmöglich. Super. So. Da sind noch ein paar. Gehe ich nach? Mal. Wir können den Schlag mit... äh... Y noch aufladen, dann wird die Attacke etwas stärker und macht so'n... Slasher. Slasher-Attacke. Was können wir mit der Bombe denn noch machen? Irgendwas warte. So. Hm. Ne, anscheinend habe ich mich geirrt. Da kann ich nicht durch. Ja, auf links ist noch ein Weg. War auch zu. Muss glaube ich irgendwie hier rüber, aber wie? Da ist eine Kletterwand, damit ich da hochkomme, aber... Was fange ich mit den Bomben sonst noch an, die hier sind? Ich muss das hier betätigen. Oder funktioniert das auch mit der Bombe? Okay. Hätte sonst irgendwie keinen Sinn gemacht, weil... Wie soll ich das betätigen, wenn ich da nicht mal vernünftig stehen kann? Ich falle ja sonst in die Lava rein. Ich weiß vom Spiel halt auch nicht mehr komplett alles. Also... Großteil weiß ich noch, aber... Die einzelnen Dungeons sind noch so ein bisschen grüb in meiner Erinnerung. Ich weiß noch von ein paar richtig geilen Bossfights, die noch kommen. Hm. Das wird richtig lecker, aber... Manche von denen sind halt auch echt knackig. Kann ich nicht hoch. Okay, hierfür brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich aktuell noch nicht. Kommt aber noch. Den muss ich ja wohl hier binden. Ah, da ist noch eine Fährmannsmünze. Die habe ich vergessen einzusammeln. Aber ich komme gerade nicht mehr zurück. Äh... Frei. Das kann ich auch so... Wenn ich auch so rüberspringe. Die Fährmannsmünze, die will ich unbedingt haben. Die kann ich bei Wohlgrim wieder einsetzen, um was Nettes zu kaufen. Es ist halt immer Glücksspiel mit diesen Truhen, weil man weiß halt nie, was drin ist. Es kann eine Waffe drin sein, es kann ein Rüstungsteil drin sein, es kann ein Talismann drin sein. Das ist alles möglich. Okay, ich brauche die Bombe, um das zu aktivieren. So viel wissen wir schon mal. Boah, war das hier in Darksiders 2? Es gibt so ein oldes Rätsel. Ich glaube, das ist in dem Tempel oder im nächsten Tempel, wo man mit irgendwelchen Kugeln irgendwas machen muss. Boah, war das nervig. Daran kann ich mich auch noch erinnern. So. Hier und rüber. Okay, let's go. Das Tor ist offen und von hier aus kann ich da rüberspringen. Das geht, ja. Wunderbar. Läuft doch. Wunderbar. 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 Das war's für heute. Geile Kampfmusik, ich mag's. Hat so ein bisschen was Witcher-eskes. Da müssen wir durch. Ich glaub, hier ist auch nichts mehr. Ah doch. Ein paar Töpfe in der Ecke, vielleicht ein bisschen Gold noch. Nehm ich gerne mit. Aber das war's. So. Da ist der Schlüssel. Da hört man schon die Gegner. Ne, die Karte ist es. Sie haben die Karte für den aktuellen Bereich gefunden. Drücken sie back, um die Chronik zu öffnen und sich die Karte anzusehen. Genau. Äh, hier. Tolle Map. Da ist ne Truhe und das ist der Bereich, den wir bisher erkundet haben. Alles, was hell markiert ist. So, da geht's ab. Rügeln sich mit dem Großen. Ich lass ihn mal. Irgendjemand von beiden wird den Kürzeren ziehen. Ihn kann ich sogar finishen auf B. Einfach um Kampf mitzumischen. Okay. So, ich nehm alles mit. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Guck mal hier. Lauter Waffen noch. Die hab ich gerade ausgerüstet. 27 bis 33. 34 bis 38. Ah, das ist schon besser. So. Üble Clown. Willig. Okay, da haben wir. Beteiligung geht runter auf 3. Widerstand geht aber hoch auf 15. Fertischer Schaden geht runter. Bin ich jetzt nicht so ein guter Deal. Wenn ich nochmal ein bisschen Bonusschaden bekommen kann durch Crit, finde ich das für den Anfang schon mal besser. Dass wir mehr Schaden verursachen und uns somit, da ist jetzt der Schlüssel, äh, somit den Gegner schnell erledigen können. Genau, durch den linken Stick finden wir Asche, unseren Raben. Er zeigt uns den Weg. Aber der Weg ist ja noch relativ easy. Verlaufen in diesem Tempel, der nicht besonders groß ist, wird schwierig. So. Da ist die Tür. Mundaufschlüssel rein und Tür auf. Super. Ah, da ist es doch mit der Kugel. Das ist noch einfacher, aber es gab irgendwann später, glaube ich, nochmal irgendwas mit den Kugeln. Das war richtig ätzend. Man wurde halt auch die ganze Zeit von Gegnern belästigt und... Ach, nee, ey. Los, net. Ein paar neue Treter. Nee, sind schlechter als meine. Besser nicht. Was ist da hoch? Aber warum? Ja. Ah, die Fährmannsmünze. Kriege ich die durch den gezielten Sprung? Nee. Aber ich hätte eine Idee, wie ich sie kriege. Jawohl. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu holen. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Jetzt überlege ich gerade, wo muss ich lang? Den Raum habe ich schon untersucht. Da komme ich noch nicht durch. Ich muss ja irgendwie hier durchgehen. Ich muss es irgendwie schaffen, auf die Seite zu kommen. Besser. Ja, Gott. Aha. Linux. Okay. Aber was soll ich damit denn zerstören oder verschieben? Muss ja irgendwas anwählen. Das habe ich ja schon aktiviert. Ist hier noch irgendwas? Ein Schalter oder irgendwie etwas, worauf ich es werfen kann? Ich sehe sonst nichts. Irgendwas fehlt mir. Ich weiß aber gar nicht was. Ich habe den Schlüssel, aber der hat mich ja nur zu einem Raum geführt, in dem aus der Natur nichts Großartiges war. Aber irgendwas muss da ja noch passieren. So kann es ja nicht gewesen sein. Die Kugel kann ich hier aus dem Raum nicht raus bekommen. Ach hier ist noch so eine kleine Nische, aber da kann ich nicht durch. Unsichtbare Wand. Weiter hoch geht es nicht. Versehe ich hier was? Versehe ich ein größeres Himmels? Nein, tue ich glaube ich nicht. Ne, keine Ahnung. Ich glaube hier ist nichts mehr. Ein bisschen Gold. Zurück macht keinen Sinn. Hier hoch kann ich nicht. Stimmt Objekte zerstören, ja, aber welche Objekte? Ich kann auch nicht irgendwie hier rüber, weil sonst falle ich da rein. Stärkt zwar nicht direkt für die nur ein bisschen Lebensenergie, aber es ist halt nicht ratsam. Ich kann die Bombe auch nicht mit in einen anderen Bereich nehmen. Was fehlt mir? War die Tür hier irgendwie verschlossen mit einem Schlüssel? Glaub nicht, ne? Ne, die war einfach so zu. Könnte natürlich das hier rausziehen, dann geht die Tür zu, aber die bleibt trotzdem zu. Ja ok, ändert nichts. Gut, hat keine Auswirkungen, also. Also ich sehe keine Möglichkeit da rüber zu kommen, irgendwie, das sagte ich ja schon, aber ich habe ja keinen Doppelsprung und fliegen kann ich halt auch nicht, wie Krieg. Und das konnte er ja auch erst später. Also aktuell glaube ich nicht, dass ich irgendwie da weiterkomme. Damit nochmal auf das Ding zu werfen, habe ich ja schon versucht, aber... Das bringt ja nichts. Ich kann es draufschmeißen, aber das... Dabei bleibt es dann halt auch. Irgendwann scheine ich übersehen zu haben, aber was? Da drin habe ich keinerlei Hebel gesehen oder irgendwas. Habe ich hier was vergessen? Da bin ich aber komplett lost gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal die Räume ab, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Hier ist nichts. Der Weg hier ist eigentlich schon relativ straight. Also... Man geht hier durch, schnitzelt sich durch Gegner, sammelt die Karte ein und den Schlüssel. Das haben wir getan. Hier war ja auch nichts mehr, oder? Wenn nicht, dass ich irgendwas noch sehen würde. Hier ist nichts. Nach oben. Das passt nicht. Und dann sind wir wieder hier. Joa. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Den haben wir nur aktivieren müssen, damit sich die Tür hinter mir öffnet, aber ansonsten ist hier gar nichts. Hat das was mit der Kugel zu tun, vielleicht? Das wäre so meine letzte Idee, die ich noch hätte, aber ich weiß nicht, ob ich die nochmal da rausholen kann. Geht das? Ne, die ist da drin. Die hat nur den Pfad geöffnet, damit ich hier hochkomme. Ich kann auch so hier rüber sliden. Ah, hier. Hm. Okay. Wahrscheinlich schon tausend Leute in die Kommentare geschrieben, ja, da ist doch diese Pflanzenranke da links. Ah, ich bin so blind. Lauf wie ein blindes Huhn hier rum und check's nicht. Oh, guck mal hier, der Berg da hinten. Richtig geil. Der Schicksalsberg. Müssen den Ring nach Mordor bringen, aber zacki. Da ist doch noch eine Kiste, die sehe ich doch auf der Map. Ich stehe jetzt rüber? Ja. Kannst und du wirst. Achso. Achso. Heilung genommen, aber anscheinend waren da zwei drinnen. Aktuell kann ich nicht mehr bei mir tragen. Okay. Okay, jetzt sind wir hier oben. Da geht's weiter. Okay. Okay. Nicht, dass ich wieder hier blind rumlaufe. Ich springe runter und wundere mich. Ich werde nochmal die Gegend ein bisschen observieren. So. Jetzt komm ich rüber. Ja. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da wollte ich hin. So. Na also. Ist das nicht toll? Endlich geht's weiter. Endlich geht's weiter. Wieder kämpfen. Du Schweine. Einmalen Standardgegner sind jetzt auch nicht mehr wirklich herausfordernd. Halt. Hier war noch was. Äh, links. Da geht's noch rein. Was ist das für ein Raum? Ein großer Raum. Ich muss ja noch die Schale finden. Ah, ich glaube das war der Raum, in dem ich die Schale bekomme. Das ist glaube ich auch der Raum, den ich vorhin meinte mit den Kugeln. Erstmal den Gegner beseitigen hier. So, das brauche ich. Okay, dann komm mit, Kugel, Kugel, roll dich, bleib mit dir. So, und jetzt brauche ich noch eine. Ich glaube, die befindet sich da hinterher. Ich glaube, die... Kann ich die nochmal da rausnehmen? Ah, man muss die raussprengen. Ich glaube, die Kugel muss nämlich nicht da rein, sondern da hinten rein. Okay, aber wir sind schon bei 45 Minuten angelangt. Letztes Mal war es etwas länger. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Darksiders 2, der Definitive Edition. Ich schiebe jetzt nochmal die Kugel in die andere Ausbildung und dann sehen wir uns wieder, wenn es mit mir und Tod weitergeht hier in den Feuerland. Also, bis zum nächsten Mal.